Sie suchen eine zweckmäßige, ansprechende und pfiffige Verpackung für Ihr Produkt? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment von Rundverpackungen mit einer vielfältigen Zahl von unterschiedlichen Verschließmöglichkeiten. Maßgeschneidert für Ihre Ansprüche und für Ihr Produkt. Mit den Erfahrungen von nunmehr vier Generationen stellen wir in unserem familiengeführten Unternehmen seit über 85 Jahren Rundverpackungen her. Wir achten bei der Herstellung auf höchste Qualitätsstandards und dokumentieren den gesamten Produktionsprozess. J.M. Schmidt – Rundverpackungen auf höchstem Niveau. Wir erläutern Ihnen gerne die vielfältigen Möglichkeiten unserer unterschiedlichen Verpackungen, damit Sie die optimale Wahl für Ihr Produkt treffen. Damit Ihr Produkt im richtigen Licht erscheint, drucken wir unter anderem in unserer hauseigenen Druckerei nach Ihren Vorgaben und Wünschen hochwertige Etiketten. So gelingt es Ihnen leicht, sich vom übrigen Wettbewerb abzuheben. Auf unseren modernen Wickelautomaten fertigen wir aus den vorgesehenen Papiersorten Rohlinge an, die wir nach Ihren Vorgaben weiterverarbeiten. Die verschiedenen Papierbahnen werden verleimt, auf den Wickeldorn gezogen, um den gewünschten Durchmesser zu erreichen. Im nächsten Produktionsschritt werden Ihre Etiketten auf die Rohlinge aufgebracht und anschließend auf das Endmaß geschnitten. Die Endverarbeitung findet, je nach Ihren Wünschen, auf verschiedenen unserer hochmodernen Anlagen statt. Auf unseren Membrananlagen können wir Ihr Produkt bereits einseitig mit einer Aluminiummembrane mit oder ohne Aufreißlasche luftdicht verschließen. Dabei wird jede Membrane optisch auf korrekten Sitz geprüft. Anschließend bringen wir einen Kunststoffverschluss Ihrer Wahl auf. Für Schüttgut, wie etwa Pulver oder Granulat, bieten wir Ihnen diverse Streuverschlüsse aus Kunststoff oder Metall an. Die Kunststoffstreuer werden mit Heißleim in die Papierdose eingeklebt, um einen festen Sitz zu garantieren. Blechstreusiebe werden angerollt und mit einem Kunststoffdeckel verschlossen. All diese Verschlussarten sind insbesondere für Produkte interessant, die einen Originalitätsverschluss benötigen. Nach dem einseitigen Verschließen durchlaufen all unsere Produkte eine vollautomatische und optische Qualitätskontrolle. Ihre Verpackung ist nun fertiggestellt und wird für den Versand vorbereitet. Das erledigen wir mit Hilfe unserer Palettieranlagen. Eine weitere Produktpalette unseres Unternehmens ist die Fertigung von Versandhülsen und Pappkernen. Diese werden auf Wunsch entweder roh oder mit Innen- bzw. Außenkaschierung gewickelt. Ihr Produkt Sicher verpackt Auf dem Weg zu Ihnen